Die Zukunft stand im Mittelpunkt der Wirtschaftspressekonferenz 2012 der Branche am 20. März in Stuttgart. Wie sehen die Unternehmen den Geschäftsverlauf in den nächsten Monaten? Gedämpft optimistisch, sagt Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände. Unsere jüngste Branchenumfrage zeigt, dass der Konjunkturverlauf innerhalb der chemischen Industrie von Sparte zu Sparte höchst unterschiedlich sein wird. Unsere Betriebe haben vor allem große Sorge vor den steigenden Rohstoff- und Energiepreisen. Das trifft ganz besonders den Mittelstand, der bei uns in Baden-Württemberg eine hohe Bedeutung spielt. Und als dritter Faktor wird auch die demografische Entwicklung gesehen. Hier zeichnet sich schon der dadurch entstehende Fachkräftemangel ab. Die Demografie spielt besonders in der laufenden 13. Tarifrunde der Chemie eine große Rolle. Hier wollen die Arbeitgeber eine neue Richtung einschlagen, erläuterte ihr Vorsitzender Markus Scheib. Die Lohnforderung von 6 Prozent wies er zurück. Sie hat mit der Realität wenig zu tun und stimmt mit den aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht überein. Wir müssen unsere Branche zukunftsfähig machen. Das fordert schon die demografische Entwicklung. Der sich abzeichnende Fachkräftemangel kann durch weitere Rationalisierung nicht kompensiert werden. Das Zauberwort ist die Arbeitszeit. Wir haben jetzt schon viel mehr Arbeit, als wir Mitarbeiter haben. Wir brauchen also unsere gut ausgebildeten Leute im Werk und nicht zu Hause. Mit Sorge beobachtet die chemische Industrie, dass sich die Energiepreise zu einer immer größeren Gefahr für den Standort entwickeln. Gerd Backes, Vorsitzender des Baden-Württembergischen Verbandes der chemischen Industrie, fordert eine strategisch angelegte Industriepolitik. Zentrales Thema für die chemische Industrie ist, dass unsere Energiekosten auch in Zukunft bezahlbar bleiben müssen. Alleine die politisch motivierten Mehrkosten, die wir hier im Land Baden-Württemberg im Jahr haben, zu verkraften haben für Erdgas, Erdöl, Kohle und elektrische Energie, betragen inzwischen weit mehr als 100 Millionen. Wir glauben, dass eine Industriepolitik, die diese Zukunft im Auge hat, für beide Partner, für den Staat wie für die Wirtschaft interessant sein wird. Es sind einige Herausforderungen, denen sich die Chemie im Land stellen muss. Ein Umsatzwachstum von 7,5 Prozent wie im vergangenen Jahr wird sie, so die Prognose der Unternehmen, 2012 nicht erreichen.